Heyo, hier ist Ronja und wir spielen heute Murder Mystery mit der Izzy zusammen. Bist du der Mörder, Izzy? Yes, ich bin der Illocent. Bist du der Mörder? Ich bin der Mörder, richtig. Ja. Hast du Mordshunger auf verlassene Seelen hier zu fressen? Ne, ich hab Mordshunger auf irgendwas zu knabbern. Ich hab seit Tagen Lust auf Süßkram und ich hab keinen blöden Süßkram zu Hause, weil ich mir immer denke, ja, ich will mich gesund ernähren, meine Haut macht sonst Stress, wenn ich so viel Zucker esse, deswegen kaufe ich mir keine Schokolade, mi, mi, mi. Gar nicht? Ne, ich krieg, also ich hab so Neurodermitis und dann krieg ich Hautausschlag, wenn ich Zucker esse. Ich meine, ich esse es trotzdem so, ist nicht, aber dann sieht meine Haut halt aus wie Rotz. Von daher versuche ich mich jetzt gerade zurückzuhalten. Das gucke ich gar nicht. Ein Bogen wurde gedroppt. Schau auf die Karte, wo er ist. Sieht man das auf der Karte? Ja, das siehst du irgendwo auf der Karte. Oh, ich bin ganz in der Nähe. Ist er unten? Warte, hier ist er gar nicht. Ne, er ist oben. Hier muss ja unten sein, eben oben. Ich stehe aber quasi drauf. Oder jemand anderes hat sich den schon weggeschnappt. Hier ist jemand gestorben. Warte, hier ist aber kein Bogen. Ne, der ist weg. Er ist weg. Ja. Ja, dann hat sich den jemand schon geholt. Ich bin gerade unten. Noch ein Bogen wurde fallen gelassen. Ich bin auch unten. Ähm, diesmal... Oh, da schießt jemand auf mich. Ich hab einen Indocent gekillt. Oh, warte, hier ist jemand mit Bogen. Warte, ich warte, bis der stirbt und dann schnapp ich mir seinen Bogen. Der ist der Mörder. Der, äh, Villager. Der Villager ist neben dir. Der Villager? Ja, ja. Der ist neben dir. Was? Der ist bei dir. Oh mein Gott. Oh, da ist der Bogen. Hilfe. Ich hol mir jetzt den Bogen. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich hol mir den Bogen. Der Bogen ist weg. Yes, der Villager ist tot. Er ist tot. Nice. Haben wir zwei Mörder? Ja, ne? Ja, ist noch ein Mörder da? Okay. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Hier, der ist nicht verdächtig, weil der hat einen Bogen in der Hand. Das heißt, wir sind Freunde. Der Mörder kann auch einen Bogen haben. Nein, nein. Wir sind Freunde, der blaue Mann und ich. Ich guck mal runter. Ja, ist der Holztyp, glaube ich. Ist der Holztyp? Okay. Du gewinnst. Die Mörder wurden gestoppt. Yes. Nice. Unsere Leistung. Ja. All us. Wir haben sehr viel beigetragen. Oh. Das war jetzt verräterisch. Ich bin unschuldig, übrigens. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Ronja. Ach, ich bin unschuldig. Bist du Detektiv? Ich glaube dir kein Wort. Nee, nee, nee. Warum glaubst du mir denn nicht? Ich bin doch so unschuldig. Rechts klicke, um dein Schwert zu werfen? Ich meine, um meinen Bogen zu sammeln. Was? Ach komm, jetzt war es. Das war jetzt wirklich verräterisch. Nein, nein, nein. Der weiß, wer ich bin. Okay, die fährt aber nicht zu, weil keiner hat einen Bogen. Ich muss jetzt leider, muss ich das jetzt einmal allen schreiten. Nein, ich bin auch... Oh mein Gott. Der hat mich gesaved. Dankeschön, wer auch immer du warst. Du darfst nicht so auffällig ermorden. Ja, ich ermorde jetzt so auffällig, wie ich möchte. Weil die wissen eh schon, wer ich bin. Ich glaube, das ist tot. Ah, nee, ich gewinne das. Bam, bam, Doppelkill. Wirklich? Ja. Und wer hat das dahinter? Ich glaube, die können alle einfach... Ist das etwa easy weg dem Bogen? Du bist ein Mörder. Ups, sorry, du wurdest für fünf Sekunden gelähmt. Mein Schwert ist weg. Du darfst eine unschuldige und Detektive fragen. Wo seid ihr denn? Äh, oh, cool. Ja, wir sind versteckt. Wir sind geteamt. Und mein Kumpel und ich, den ich gerade versucht habe zu töten. Es tut mir leid, Lorenzo, oder wie du heißt. Also, falls du Namen siehst, der heißt Lorenzo. Oder Lorendo. Oder irgendwas mit L jedenfalls. Nee, den sehe ich nicht, den Namen. Ja, schade. Hier sind Pferde. Hier ist schon eine Leiche. Ach, Mann, Mann, Mann. Wo sind denn die ganzen Lebendigen? Zwölf Stück sollen noch leben. Das halte ich aber für ein Gerücht. Ah, wir sind alle oben, ne? Ja, dann komm ich wohl mal hoch. Ich habe keinen, wenn ich wieder hochkomme. Ah, hier. Ich glaube, hier. Soll ich dir helfen? Nee, 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 nee. Ich habe es nicht. Hier ist jemand. Oh ja, ihr seid voll in meine Rolle gelaufen. Du hast gedacht, ich bin unten gefangen. Hahaha. Erwischt. Bist du oben? Nee, jetzt bin ich oben hier. Zack. Teddybärenkopf. Dein Leben hat ein Ende. Oh, Achtung, nicht runterfallen. Sag ich mir selber. Was machst du da? Ich, nichts. Ich kämpfe. Und du? Weiß nicht, ich sehe dich nicht. Hier ist ein Bogen übrigens. Dein Mitmörder-Loremaster 999 wurde getötet. Nein, wieso? Ach, Mensch, vorher. Okay, ich muss jetzt hier rüber. Oh, hallo, easy. Nein. Ah, ha. Nein. Nein. Diese Mörderin. Diese, ich musste da rüber, weil die anderen waren alle versteckt. Mann. Okay. Ich bin wieder unschuldig. Ja, ich auch. Okay. Okay, Challenge. Wer zuerst stirbt, hat gewonnen. Wer zuerst stirbt, hat gewonnen? Okay. Aber nur vom Mörder. Du darfst dich nicht runterschmeißen. Ja, 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 klar, 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 klar. Ich provoziere den Mörder. Ich denke, der König ist es. Du weißt ja nicht, wer der Mörder ist. Doch, doch. Ich folge dem König und ich denke, er ist es. Ansonsten Bambi. Oh, da hat jemand... Aha. Hier sind auf jeden Fall viele. Oh, der Mörder ist bei mir. Oh, wie sieht der Mörder aus? Bitte töte mich. Nein. Nein, lauf doch nicht weg von mir. Warte, bist du der Mörder? Nein, sie ist der Mörder. Es gibt noch zwei, oder? Ah, hier ist einer. Ja, nice, ich habe gewonnen. Der Mörder hat mich erstochen. Bitte, wieso tötest du mich denn nicht? Ich bin Detektiv. Mein Detektivkollege ist Creeperboy Lewis. Ich denke, Creeperboy Lewis und ich, wir können hier einigen Verdächtigen auf die Spuren kommen. Aha. Du kannst übrigens auch einen Security Guard kaufen für vier Gold. Oh, cool. Okay, dann sammle ich Gold. Wo geht das? Oben, auf dem Schiff. Ah, okay. Gold sammest du überall. Okay. Ach. Ja, du hast gefragt, wo geht das? Was soll ich denn sagen? Nee, wo ich den holen kann, nicht wo ich Gold finde. Diese blöde Ausgangssperre, ne? Das ist doch... Die Supermärkte machen doch zu. So, um neun bei uns. Für immer? Oh, warte, das war der Mörder. Die hellblaue. Die hellblaue. Ich bin gestorben. Was? Okay, das ist doch frech. Sie sind so weit in die Gegend gelaufen. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Bist du Mörder? Das klang mir nach einem mörderischen... Kein Wort verrate ich dir. Mörder oder Pirat. Bist du? Mörderin. Mörderin. Weißt du, wirst du? Aha. Hallo. Was? Hallo. Oh mein Gott, es gibt einen geheimen Stein. Ja, ich bin verstehe. Ich bin im Keller. Ich bin im Keller, Ronja. Wo? Komm mal her, Jun. Im Keller. Ich hab das Gefühl, du willst mich in eine Falle locken. Das ist, äh... Das stimmt gar nicht. Ich glaub, du willst mich... Das ist alles ganz falsch. Du verstehst mich nicht richtig. Aber was ist, wenn du mich da in eine Falle lockst, dann bin ich tot? Ist Eisgräben. Kostenlos. Oh. Okay, ich komm in den Keller. Und Süßigkeiten. Ich komm in den Keller. Weiß doch schon, was süß ist. Äh... Kostenlos. Du bist bestimmt. Bin wieder oben. Ah. Bist du jetzt im Keller? Da war nämlich der Mörder. Aha. Du nämlich. Nein. Ähm... Nein. Oh, man kann sich im Fahrstuhl bewegen. Das ist ja cool. Ich bin am großen Tisch. Die Mann ist mega cool. Ja, ja. Die ist, äh... Neu, hä? Oder... Ich bin einfach kein Mörder-Mystery-Spieler. In dem Fall ist die Neu... Oh, hier ist irgendjemand gestorben. Ich heile mich auch für Neu. Du hältst ja auch für Neu. Okay, du kennst dich bestimmt besser aus. Ich geh jetzt in den Keller. To Basement. Wehe, du hast gelogen. Okay, ich bin auch im Basement. Okay. Aber ich hab erst vier Gold. Ich hab auch vier Gold. Oh, hi, Onja. Ähm... Hi. Warte, was kann man sich... Ab wann kriegt man einen Bogen? Zehn, gell? Zehn. Ey, der... Ich glaub, der will uns hier provozieren. Oder er will sich anfreunden. Der hier. Ah. Nur wenn er es anbaut. Ja. Ja, entweder töten oder anfreunden. Das ist halt ne... Ne? Oh, hier ist ein Geheimgang. Onja, hier ist ein Geheimgang. Oh, okay. Wir verstecken. Okay. Wir gewinnen das. Warte, wo ist der Bogen? Wir gewinnen das, weil wir uns im Geheimgang verstecken. Wie kleine... Siehst du auf der Map, wo der Bogen ist? Äh, ich denke, wir können durch den Geheimgang gehen und dann können wir an den Bogen kommen. Falsche Richtung. Der Bogen ist weg. Oh, no. Oh, nein. Der sieht böse aus. Ist das der Mörder? Ich weiß es nicht. Ne, er mördert mich nicht. Ne. Der hätte uns schon abgewogst. Ja, ja, der wäre schon weg. Ich gebe wieder einen Geheimgang. Ich glaub, das ist gern safe mit dem Geheimgang. Ich glaube, das ist gern safe mit dem Geheimgang. Aber das Ding ist, ich hätte gerne... Hier ist noch ein Geheimgang. Ich hätte halt gerne... Grün ist es nicht. Ich hätte gerne noch Gold. Okay. Ich traue mich zu verteidigen. Ah, ja. Verstehe. Hier sind wir jetzt auch ein bisschen Gold. Ist denn das? Hier ist ein Grüner. Der Grün ist nett. Der Grün ist nett. Ja, aber der klaut die ganze Zeit das Gold. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Kleiner Klauer. Hier ist ein Detektiv oder so. Ich bin Frieden. Ich komme in Frieden. Versteck mich einfach an der Ecke jetzt. Okay, tu das. Wer das bessere Versteck findet, okay? Okay. Und länger überlebt. Ich glaube, ich verstecke mich draußen. Hier ist bestimmt in der Hecke irgendwo ein gutes Verstecken. Draußen? Ja. Magst du die Natur nicht? Oh, naja. Dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Wenn ich nicht gerade am PC sitze, dann bin ich in der Küche. Gut, gut. Ja, wer gewonnen? Schon wieder unschuldig. Okay, ich habe auch nur 3% Detektiven, Mörder, was auch immer Chance. Also, denke ich mal. Na gut. So kann es gehen. So kann es gehen. Die Karte kenne ich ja schon. Ich bin ja sowas wie ein kleiner Mörder-Mystery-Veteran. Veteran. So wie du ja auch. Doch, doch. Ja, das würde ich definitiv mich so bezeichnen, ja. Von daher. Oh, ich sehe dich. Okay, ich mache jetzt, dass du mich nicht sehen darfst. Ich versuche, dich zu verfolgen, ohne dass du es mitkriegst. Ohne, dass ich das merke. Aber wieso sagst du es mir denn? Ich habe es dir nicht gesagt. Ich habe nur gelogen. Ich habe es dir nicht gemerkt. Ich habe dich verloren. Oder ich schieße sie ab. Ich habe dich verloren. Wie hast du mich denn verloren? Ich habe dich verloren. Du warst bei irgendeinem Steinhaufen und dann warst du auf einmal weg. Habe ich mich teleportiert. Aha. Hacker. Ja, ja. Und? Lass uns den Treten damit. Kommen die dann da oben hin, sag mal. Ja, wahrscheinlich über die Treppe. Soll ich dir mal den Weg außenrum zeigen, wie man nach oben kommt? Viele kennen den ja gar nicht. Hi, Ronja. Nimm dir. Ah, hi. Ja, ich bin da. Hi. Ich gehe jetzt über diese Munde. Nein, der Mörder hat mich erstockt. Ah, das ist der Affe. Der Affe ist es. Der Affe. Ah. Schnapp ihn dir. Soll ich mich töten lassen oder so? Falls du weißt, wer es ist, dann kannst du dich töten lassen. Ich weiß nicht, wer es ist. Aber ich kann einfach so machen. Guck mal. Na ja, das war es dann aber auch mit dieser Folge Minecraft Murder Mystery. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Da schaut bei der Izzy vorbei. Abonniert den Kanal, da verpasst ihr nichts mehr. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020